Was geht ab Freunde, Sascha von SkillgamingTVs Video und herzlich willkommen zur vierten Folge von Way2BPA. In der letzten Folge haben wir endlich einen Goldspieler bekommen, haben einen neuen rechten Innenverteidiger, einen neuen ZOM, nämlich Jonathan Williams oder Jonathan Williams von Crystal Palace. Ein guter ZOM meiner Meinung nach, denn haben wir noch Knocker, oder wie man auch immer aussprechen will, mit einem Franzosen mit vier Sternen Skates. Dann haben wir vorne unseren ersten Goldspieler, nämlich Kone, vier Sterne schwacher Fuß, vier Sterne Skates und sonst auch ganz gute Werte. Und auf dem linken Flügel haben wir jetzt Junior Hoylet von Queens Park Rangers mit 90 Tempo in Verteidigung. Wie schon am Anfang gesagt, haben wir auch einander, nämlich Anderson. Ja, kein guter, aber das geht schon einigermaßen in Ordnung. Heute machen wir wieder nur ein Spiel. Unser Gegner hat folgendes Team, nimmt auch hier noch Änderungen vor, hat eine Bewertung von 67 und nur 46. Chemie hat vier Goldspieler, zwei davon sind ausgeliehen, die beiden Stürmer Suriano und Moreno, Rechtsmittelverteid, Isla und rechter Verteidiger Fernandes. Die anderen Spieler, die Bronze und der eine Silberspieler sind mir unbekannt, die kenne ich jetzt nicht. Und dann würde ich sagen, springen wir auch gleich in die erste Szene. Die erste Szene ist in der zweiten Spielminute, kommt unser Gegner über Moreno, unser Keeper hält, aber dann kommt unser Lenker Innenverteidiger hier nochmal zu sehen und macht das 1 zu 0. Also ein Eigentor, aber das juckt uns nicht. Die 17. Minute, Jonathan Williams geht hier durch und macht in der 18. Minute das 1 zu 1. Das ist nicht Junio, das ist der Junio Holiday, sondern Jonathan Williams, unser Spielmacher, macht das 1 zu 1. 43. Minute schon, knockert unser rechter Mittelfeldspieler, geht vorbei und macht das Tor. Spiel gedreht, 43. Spielminute, 2 zu 1. Mit der Schlussfindig geht er an den Verteidiger vorbei und dann schießt er eiskalt links unten ins Eck rein. Somit führen wir jetzt nach 1 zu Rückstand mit 2 zu 1 und dann war auch schon Halbzeit. Wir haben beide gleich viele Schüsse, obwohl wir, wir haben zwei Tore gemacht und Schüsse aufs Tor 1. Aber naja, FIFA halt. 46% Ballversetzt haben wir nur, glaube ich. Er hat einmal Ballversetzt, springen wir rein in die zweite Hälfte. Kuni mit dem Kopfball, aber Glanzparade von seinem Bronzy Keeper. Somit bleibt es weiterhin beim 2 zu 1. Jetzt kommt unser Gegner über Silber, holt bestimmt einen Bronzyspieler, bringt die Flanke nach innen. Aber da ist unser linker Verteidiger und klärt die Situation. Kuni mit einem Schopp. Er hat das Tempo schneller als die Bronzyspieler. Er geht jetzt am zweiten auch noch vorbei. Jetzt kommt der dritte. Jetzt muss er an die Abstände, spielt ab. Jonathan Williams auf Knockert, so ein rechter Mittelfeldspieler. Der geht vorbei und wird im 16er voll umgegrätscht von seinem Verteidiger. Regt sich darüber natürlich auch auf, aber wir haben immerhin halt ein Elfmeter bekommen. Den wird Kuni schießen. Ich wollte das eigentlich noch wechseln, aber dann habe ich gesehen, dass er schon automatisch ausgewählt wurde, weil er die besten Elfmeter-Werte wahrscheinlich hat. 58. Minute kann das das 2-1-2 entsteht. Kann das das 3-1 für uns werden. Kuni läuft dann und schießt ihn rein. Links oben ins Eck. Eiskalt verwandelt. Keine Chance für sein Kiva. Er sprang auch noch in die falsche Ecke. Somit ganz guter Elfmeter von Kuni. Und somit haben wir eine Zwei-Tore-Führung. Und in der nächsten Szene ist Kuni wieder durch. Macht ihn nicht rein. Was für eine Parade von seinem Bronzy-Keeper. Richtig stark gehalten. Nach dieser Szene ist nichts mehr passiert. Und somit ist das Spiel zu Ende. Wir gewinnen mit 3-1. Das dritte Tor war ja ein Elfmeter. Berechtiger Elfmeter. Er wurde voll umgehauen. Lagen 1 zu hinten. Hinten haben noch 3-1 gewonnen. Und Blackett oder wie man auch immer aussprechen will. Unser linker Inland-Verteidiger hat von Manchester United. Hat ein Eigentor gemacht. Bester Spieler ist aber Fofana. Unser rechter ZM. Hat ein sehr starkes Spiel gemacht. 8,2 Bewertung. Tore haben Kuni. Knockert. Keine Ahnung wie wir ihn aussprechen. Ist wahrscheinlich nicht richtig. Und Williams gemacht. Und Torvorlagen. Unser rechter Inland-Verteidiger. Und unser rechter ZM. Fofana. Und Anderson. Somit werden diese beiden auch geupgradet. Und wir kriegen ja noch durch den Sieg. Weil wir 3-1 gewonnen haben. Noch 3 Pluspunkte. 3 mehr. Also bei einem Spieler 3. Gesamtwertungen mehr. Und somit sieht unser Team jetzt aus. Wir haben natürlich einen neuen Rechtsverteidiger. Äh, Rechtsverteidiger. Rechter Innenverteidiger. So rum. Er ist noch für Anderson reingekommen. Weil Anderson ja eine Vorlage gemacht hat. Und somit haben wir einen neuen Rechtsverteidiger. Rechtsverteidiger. Rechter Innenverteidiger. Ich sage ganz egal. Ist auch egal. Linker Verteidiger haben wir jetzt Jerome Bino Williams und Crystal Palace. 79 Tempo ist für unser Linksverteidiger reingekommen. Weil wir natürlich gewonnen haben. 3 Pluspunkte wie schon erwähnt. Rechter ZM für Fofana ist jetzt Bikri Mana von Newcastle United. Auch ein Engländer. 1.400 Mützen gekostet. Fofana war bestbewertester Spieler. Und hat eine Vorlage gemacht. Deswegen. 5 Punkte glaube ich mehr. Ne 4 Punkte mehr. Unser linker ZM wurde auch geupgradet. Weil er eine Bewertung über 7,5 hatte. Und damit wird man dann auch geupgradet. Und jetzt ist Sutherland drin. Ein Irre von QPR. Der ZM. Also Jonathan Williams davor. Wurde auch geupgradet. Zu Ravel Morrison. West Ham United spielt er. Williams hat ein Tor gemacht. Deswegen 2 Pluspunkte mehr. Thomas Inke. Keine Ahnung wie man ausspielt. 4 Sterne Skates ist für Knockett reingekommen. Weil er ein Tor gemacht hat. Stürmer. Ne Stürmer. Ja genau. Jetzt Stürmer. Eduard Vargas von QPR. Auch von Queen's Park Rangers. Genauso wie unser linker ZM. Hoylet. Hat ja gar nichts geleistet. Deswegen hat er auch keinen Upgrade bekommen. Vargas ist jetzt ein sehr starker. Schlimmer Kunde hat ja einen Tor gemacht. Und deswegen auch geupgradet. Und somit sieht also jetzt unser Team aus. Und beim ZOM muss ich doch sagen. Jonathan Williams hatte eine Bewertung von 70. Aber es gab erst wieder einen. Denn eine Bewertung von 74 hat als ZOM in der Barca's Premier League Silberspieler. Keine Ahnung warum. Aber es ist halt so. Macht ja auch nichts. Und ja. Das war es von der Episode. Ich wöbe mich ja über ein Like von den Haut rein. Bis zum nächsten Video. Und ciao.